es ist wirklich frustriert du machst mir fast viel schaden wie du es ich treff dich nicht hätte ich jetzt auch gesagt ich treff dich echt nicht ja schau schau ich treff dich auch nicht ich treff doch einfach sohle hab ich ein bist du sicher? ja bist du sicher? ja bist du echt sicher? den paar nennen wir warten auf Kyla gute Idee so jetzt aber bist du sicher? ja bin ich BITCH FIGHT WOOOOOO BITCH FIGHT BITCH FIGHT BITCH FIGHT oh mein Gott was ist denn das da hinten kann ich jetzt bitte abgeben ja das ist ein Vogel ist aus dem Flugzeug ein es ist ein Keiler hey das ist TK he's dead hey 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 Mutter ähm da hat da ja da läuft ein wahnsinniger unterm Haus rum naja keiner Freak Andrew ich brauche dich wir werden hier von Kleinfreaks angefallen bye bye da sind überall Bricks in Klein ich möchte zu Bathrax hi Andrew oi nee das ist mich hier mit dem wahnsinnigen allein WTF wo bist du? das ist zur Hölle au was war das? was war das? wieso sterbt ihr Loser? keine Ahnung ich bin geplatzt plötzlich einfach nur BOOM und ja tot Wackel Nummer eins warte noch nicht um mich dabei sein warte noch nicht alle an oh leck mich doch Andrew was machst du da die Kämpfe auch nicht gegen Marbrecht oder? nein Andrew ist das nur in Köln so Andrew bei Fuß komm her wir sind auf den Weg Andrew komm her ich bleibe hier auf den Weg ich bekam dir von hier aus bin ich wahnsinnig du bist wahnsinnig so wo bist du? wo bist du? wo bist du? äh ich hab mich gescheitiert warum zum Auto neck bei mir eigentlich heute alles rum keine Ahnung warum du nicht kann ich jetzt langsam mal Marbrecht hier beschwören nö ich will den Summon wir wollen dabei sein ich summend den mit nachher Alter ich triff gar nichts mehr ich die direkt vom Gegend und schieße daneben was macht ihr da? wir sind hier gerade bei dieser Banditenfestung wir sind auf dem Weg zu dir wir kennen aber keine Banditen wir kennen Mufrake ja jetzt chill eine Runde wir sind schon auf dem Weg ich hab halt irgendwie komplexe? boah ich weiß gar nicht wohin oh mein Gott der Österreich übernimmt auf jeden Fall nicht die Führung hust hust ja die Führung haha 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 scheiße Sparwitz ey jetzt kommen alle her und dann beschwören also kann ich Mufrake jetzt beschwören warte mal kurz ich hab ein Klasswort gefunden ich muss mal gucken ob der ich bin unterreden das werd ich mal als Ja ok? what the fuck wo kommt das Auto auf einmal her? ja ich? warum machst du das? lebe Mufrake lebe lebe na to what the fuck wo ist wird hier sofort drauf losgebombt ey leck mich doch am Arsch ey 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 Mufrake ist ein sehr sehr ekelhafter Boss er ist mein Boss für mich ist ein Boss für mich ist ein Boss ja der macht verdammt viel Schaden frisch Shotgun treff ihn ja nicht mal oah aber was krieg ich hier Schaden? für den scheiß Dress Mufrake? ich glaub Mufrake geht auf dich los oh er will aber schnell leben kann daran liegen weil ich ihn Nahkampf bekämpfe hinter daran Pierre warum belebst du Bubble nicht wieder? wo ist denn der? ah da du stehst doch direkt daneben wieso belebst du ihn nicht wieder? ja da hab ich doch ich muss erst hinrennen du standest fast schon neben ihm ich hab Mufrake unter Beschuss genommen ist los hier keine Ahnung frisst auf einmal so viel Schaden was ist denn los? oah die alle halb tot sind so friss Rakete nein Brick ist am sterben nein ich will 100 xp Mario hör auf ich will die 100 xp billige Minecraft Gewitter wie es in Minecraft weil es das Gewitter genauso einhört wie in Minecraft äh was wollt ihr? schneller nachladen und mehr Erfahrung oder äh Muniregeneration? Munireck ich will mehr Erfahrung ja ich bin schneller nachladen ihr wollt Munireck äh er hat aber auch ein größeres Magazin wenn ich das hier reinhabe ach dann mach einfach das aus ja Munireck können wir ja später dann auch mal rein machen oder irgendwie so keine Ahnung ok muss wirklich schon nicht beim Boss die Munition ausgehen naja beim Zerstörer schon bei dem müssen wir auf jeden Fall äh bei dem ist mir noch nie die Munition ausgegangen wo hast du denn drauf geschossen auf seine Beine? der hat in seine nicht freundene Vagina geschossen in sein Auge also Leute der Kampf könnte jetzt etwas länger dauern nein der geht schon ziemlich schnell mach wieder so ja ja normalerweise kriegt der kaum Schaden und ballert einen sowas von weg also das ist wie mit einer Pistole an wenn ich mit einem anderen nicht treffe und das ist halt zum Raketenwerfer ja ich versuche nur bis du mal das versuchst ich weiß auch nicht mal ob ich Schaden mache ich weiß auch nicht ob ich Schaden mache ich weiß nicht mal ob ich überhaupt auch drauf schießen ja einfach nur drauf schießen das ist irgendwie leckst bei mir heute ein bisschen ja bei mir spacken auch die ganzen Leute äh Viecher voll rum könnte dann hier liegen nein ja schaut die Paulus aus ich hab doch gesagt dass ich sie doch laden muss ja ganz sie ist hier schwulen Pornos oder was nein ich hab mir extra die Pornos von deiner Juhl Juhl Pornseite geladet 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 gutes Deutsch geladet alter Haftbefehl ja schon klappt ja das dass du pro download Dirus kriegst und 5 Euro abblechen musst an mich oder? nein doch scheiß drauf du bist du bist dumm du bist dumm mit so einer ganz lustigen Musik ja ach ja Martrek wie ich dich liebe der ist doch gleich tot der geht doch verdammt schnell heute also eigentlich braucht der da 10 Stunden bis man dem überhaupt mal ein bisschen was abzieht aber meine wo fliegt die Leiche hin oh mein Gott sieh mal wie riesig dieses Mist vieles ich finde das ist so hässlich groß ich finde das ist ja ob es in Bordel 2 auch Marthrac geben wird hoffentlich nicht es gibt ja mehrere Marthracs da gibt sich ein schlimmeres wer greift mich da an? ach du оч still kor justo ich habe einige gefunden ich bin auch Tag bei der Leiche du bist nicht bei der Leiche doch du bist dah und ich bin bei der Leiche hier oben ist die Leiche hier ist unten ist die Leiche hier oben alle leichten zu bieten bei mir ist sie hier ach ihr seid doch alle geklopft bei mir liegt sie hier fuck bei mir ist hier oben 5 er wird okay dann machen wir das von mir geht sie nachher je wie soll ich vielleicht durch noch an los geht erinnern kein 1 die lecker die weg das ist nicht als erstes über die feste ja klar okay wieso liegt die Leicht bei mir da und bei euch da oben ich habe einen Runden drin so ich fahr mal mit dir ich bin ich jetzt zurück der Zoll ich weiß sich behindern du kannst dich sitzen bleiben ich mache schon sich behindern Apropos hast du schon im Führerschein ja oh Gott ja 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 ich fahre schon wo ist New Haven da ach ja 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 ich frag mich wo Rick dieses Eisenrohr für seinen Nahkampf rauszieht ach aus der Hose ich frag mich wo Maulkei sein Oberherz zieht das haben wir schon ganz genau analysiert diese Handbewegung wenn er ihn wirft kurz davor wo er es raus zieht er zieht es aus der Hose er wir wollen in einem seiner riesigen Schlepphoden wahrscheinlich ja 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 wir müssen nach TK gesehen bei ähm Scooter abgeben ist eigentlich schon klar ich weiß ich will das hier aber hier abgeben ja ja wir haben eine Schockgande neue und meine Ohren jucken Pech gehabt gute geblister nee kann nie was nö oh die ist besser als meine oder jede ist besser als deine die ist schlechter aber die hat Säure-Effekt auch schafft so wir haben exklusiv Ernährungsminen bekommen Boah geil ich hab'n level up ich auch Boah geil Andrew was geht mit dir heute ab äh Super Blu-Sport ein Feind im Belserker-Modus gewährt ihnen eine gesundheitsreiniger Relation also ich muss man es endlich sagen die äh die Bilder bei Briggs sind irgendwie aus wie so ein Kind gezeichnet dieser extremerstliche Panzer oder was auch immer der das gehen kann also die Metzmacht Jakobskopf oder was oder wie oder was oder wie Zombies töten okay wir töten Zombies wir spielen jetzt hier Left 4 Dead nur mal so zu Info nein wir spielen hier Killing Floor der Fall ist immer besser der Fall ist nicht kacke Jakobskopf das ist gleich ein Introfilm ja so gar nicht oh mein Gott das ist so geil einfach also laiisze sei darauf ein du bist redaktiert Bongles funktioniert nicht mehr ich seh das schon beim Andrew ey hol es also Peris h 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 In den Eboe pflanzen, die aus dem Boden rauslassen, keine Unterbrechungen mehr. Sie schlug sich also in die Bäume von Jacobs Coat, einem verwüsteten und vergessenen Ort. Dort versuchte der Wissenschaftler Dr. Ned, der absolut nichts mit dem Dr. Zett aus der letzten Geschichte zu tun hat, der gesamten Menschheit zu helfen. Aber letztlich hat er eine riesen Scheiße an. Du hast geklugt. Der Typ hat Zombies erschaffen, okay? Du bist hier nicht die Polizei, du musst aufpassen. Also, da ist übler Mist passiert. Es wurde echt gut. Okay, Monada, beginnt uns. Ist irgendwas davon wahr? Das meiste wahrscheinlich. Du bist adottiert. Du bist adottiert. Hey, da ist der coole Claptrap. Trap, Trap. Achso, die Hirne könnt ihr gleich liegen lassen, ne? Wenn wir die Kräste annehmen, können wir nochmal zurücklaufen, die alle einsammeln. Ja. Warum machst du das? Ach nö. Können wir mal den neuen Quest aufrüsten hier? Würde ich gerne. Ich bin gerade mitten im Kampf gegen diesen einen Hoden. Das ist der einzige, der einzige, die produktiv sind, sind nicht nur mit Andrew. Ja, ich höre die Quest schon an. Begrüßungskomitee. Also gegen Zombies kann man leckt, also Schock und Säure total vergessen. Gut, dass ich nichts davon habe. Warum brauche ich denen so wenig Schaden? Weil es Zombies sind. Zombie, wo, Zombie, ich muss Zombie töten! Beschmutzter. Die sind nicht anders? Nein. Ich nehme trotzdem das Hirn mit. Wow. Zombie, Zombie. Wie viele Leute schon auf Pandora gestorben sind? Viele. What the fuck? Ich habe mich angekotzt. Ja. Wieder unglaublich. Ich fand ja noch diese Bierhelme auf. Das sieht cool aus. Schock kann man vergessen. Ich mache Instant Kill bei denen. Ja, weil der Schuss an sich viel Schaden macht, aber auf Zeit macht es halt keinen Schaden. Willst du mich bekämpfen? Das ist so spannend, jetzt erstmal die Zombies abzuschlachten. Ich merke sonst. SPRINGEN! So wernt ihr da ein bisschen rumhampeln.